So, heyho Leute und herzlich willkommen zu einer neuen, alten Folge Fallout Nukerworld, denn, wie ihr seht, ich starte mal an einem anderen Punkt und vielleicht kommt es euch ja bekannt vor, denn, ja, Sause mit der Brause, Gründe Raider aus dem Posten, eins von drei. Ja, ich musste ein bisschen den Spielstand, ähm, zurückpacken, zurück machen, denn, ihr wisst ja, in der letzten Folge haben wir die Hauptquist, äh, die letzte Hauptquist, ich kriege Powerplay, heißt die, ich weiß gerade nicht, wie sie auf Deutsch heißt, und, ja, das lag an dem einen Grund, dass wir, äh, sieht irgendwie komisch an, aber wir hatten erstens eine Powerrüstung an und zweitens hatten wir Gage dabei, deswegen haben wir die, äh, deswegen haben wir die Quests nicht gekriegt, denn eigentlich, ich kann es dir gerade nur sagen, denn eigentlich, wenn wir jetzt die letzte, ähm, die letzte Siedlung eingenommen haben, also die dritte, sollte eigentlich, ähm, die Quest kommen, ähm, Rede mit Shank. Äh, also, da sollte eigentlich die Powerplay-Quest kommen, ne, aber wir haben sie halt nicht gekriegt und das lag an dem Grund, dass wir eine Powerrüstung an hatten und mit, ähm, Gage gereist sind. Gut, deswegen werde ich jetzt erstmal für das, was wir jetzt machen, die Powerrüstung erstens weglegen, also wegstellen und zweitens mit Gage reden, also ihn wegschicken. Ich hoffe, ich kann ihn hier hinschicken, glaube ich aber ehrlich gesagt nicht. Ach ja, sehr verpackt das. Äh, ich weiß nicht, ob ich das machen muss, muss ich das machen? Ja, wo muss ich? So. So, okay. Wo sind's Gage? Gage, komm mal her. Ich kann das jetzt mal die richtigen Stellen, so. Ja, ich habe ja die Raider Power noch gar nicht weggepackt. Ich habe mir übrigens so einen kleinen Zettel gemacht hier, ähm, was sie alles noch machen muss, damit der Stand fast genauso ist. Hat er noch irgendwas? Nein. Wie halt vorher. Denn, ich werde, äh, ich mache das, ich, ähm, ich werde diese, diese Chance sozusagen nutzen und ein paar Sachen anders machen. Zum Beispiel, ich werde jetzt nicht direkt, also, ich werde jetzt nicht direkt das ganze Commonwealth erobern wollen. Ich warte damit, bis ich hier die Nuka World Hauptquests beendet habe und werde es höchstwahrscheinlich auch Offscreen machen, ohne euch. Ich werde nämlich, nachdem ich die Hauptquests beendet habe und Nuka World sozusagen abgeschlossen habe, werde ich höchstwahrscheinlich mit diesem Let's Play aufhören. Ähm, also das wird dann halt sozusagen die letzte Folge, wo wir dann die Nuka World, äh, die Power Play Quest machen. Und, ja, und danach werde ich dann höchstwahrscheinlich im Off sozusagen die letzten Siedlungen erobern. Wenn überhaupt. Aber höchstwahrscheinlich. Ja. Hm. Und ich würde mal sagen, hey, H. Hey. Brauchst du was? Ich bin hier, falls du mich brauchst. Warte. Sonst erst mal nichts weiter. Genau, boah. Hab ich denn, das weiß ich nämlich noch gar nicht, hab ich denn eigentlich schon seinen Skill, ähm, Blutige Lektion, ne? Genau, danke der Lektion, ne? Ah, okay. Sehr schön. Dann würde ich mal sagen, hey, Gage, komm mal her. Ja? Was ist los? Ah, du bist echt toll, weißt du das? Sagt er, dass du, während du mir den Rücken zudrehst. Ich schau mal ganz kurz. Hey, kann man bei dir Ausrüstung kaufen? Klar, was? Schau's dir an. Ich schau mal ganz kurz, was hat er irgendwann zu verkaufen? Okay, Gewehre, joa, hm. Jüngere Rüstung. Hat der. Oh Mann, oder? Rudel hat's gerade okay. Schade. Der hat... Ich hab nämlich herausgefunden, die Unternehmerbrille steht mir sehr gut mit diesem Helm. Und deswegen will ich die haben. Naja, auf jeden Fall... Aufgepasst. Was brauchst du? Hey, Gage. Aufgepasst, Gage. Wenn du was brauchst, sag einfach Bescheid. Ja, ich würd mal sagen... Es wäre wohl das beste, getrennte Wege zu gehen. Ganz sicher? Okay. Aber pass auf, dass du ohne mich nicht allzu viel Ärger bekommst. Wes? Ich kann ihn nur in eine Wailer-Siedlung schicken. Äh... So. So. Hab ich mal ganz kurz in den Screenshot gemacht, damit ich das nicht vergesse. Dann, na gut. Ich kann ja nirgends woanders hin, ne? Ich kann ihn nirgends woanders entschicken. Naja, Kinderkuhbe, Greentop. Na gut. So. Wir sind ohne Begleiter und... Hab ich schon... Nein, hab ich noch nicht. Hab ich das zufällig im Inventar? Nein, hab ich auch nicht. Ich muss erstmal wieder auf den alten Spielstand klarkommen. Wie sieht denn eigentlich die Schweißerbrille aus? Total scheiße. Ich will ein paar Brillen grad mal ganz ausprobieren. Ähm, aber sonst hab ich auch nichts. Okay. Ja. Und jetzt sind wir bereit, die letzten beiden Quests zu erobern. Äh... Die letzten beiden... Äh... Die letzten beiden Siedlungen zu erobern. Nämlich... Hallo? Ah. Nämlich Oberlandstation und... Starlight Drive-In. Obwohl, Starlight Drive-In weiß nicht. Ey, ist ja noch gar nicht. Naja, wir... Ach ja, warte. Ich muss ja erstmal ganz kurz hier natürlich. Jetzt müssen wir wieder die Quest holen. Von da... Wie soll man darauf kommen? Man macht normalerweise immer das Gegenteil. Also man hat eine Powerrüstung an. Durchgehend. Und ist immer mit Gage zusammen. Das ist total scheiße. Dieser Bug. Da kommt man auch nie drauf, dass es daran liegt. Naja. Und ich hoffe mal, es funktioniert. Weil wenn nicht, werde ich diese Aufnahmen löschen. Beziehungsweise gar nicht erst raushauen. Und löschen. Na gut, wo ist denn hier? Da hinten ist er. So. Hey, Schenk. Boss, kann ich was für dich tun? Willst du noch einer Siedlung helfen? Ja. Ich dachte, du könntest für mich klar, sicher. Ich überschwinge das halt mal ganz einfach voll noch alles. Ich will einen neuen Aus... Und willst du? Ich werde sie persönlich... Ja, sicher. Und welche Crew soll zu dir stoßen, wenn du deine Forderung gestellt hast? Einen Moment. Ich schaue gerade mal ganz kurz. Ich hoffe, das stört nicht zu sehr die Aufnahme. Wenn ich gerade mal ganz kurz schaue... So. Ich habe mal ganz kurz nachgeschaut. Und die erste Siedlung gehörte den Unternehmern. Deswegen würde ich mal ganz kurz sagen... Das Rudel. Weil übrigens, ich habe mir auch schon ein paar Gedanken gemacht. So fürs Ende und so. Und ich habe mal gedacht... Die Jünger werden sterben. Du kannst jederzeit vorbeikommen. Ja, ich weiß. Ähm, die Jünger werden sterben. Deswegen würde ich sagen... Das Rudel. Ich sage Ihnen Bescheid. Oder heule Ihnen was vor. Also, wo willst du zuschlagen? Ähm... Oberlandstation. Warte. Na, sonst gibt es ja, glaube ich, nichts... Ich würde sagen, Oberlandstation. Hm. Na, komm. Aha. Oh. Der Laden. Gehört der nicht dir? Ist du sicher? Äh, ja. Das ist das Ziel. Ich wollte nur sicher gehen. Also, klassische Fahrt. Was dir unter... Na, komm. Wenn du weiter... Das musst du bedenken. Mach ihnen Angst. So. Dann reisen wir gerade zur Oberlandstation. Kennen wir ja exakt sogar schon. Es tut mir ja exakt gleich, dass wir sozusagen nochmal alles miterleben müssen. Aber, naja. Kommen wir jetzt. Denn wir sind ein bisschen mit dem Rothschuss. SoOMG. Best du großartig? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020